Ja, und der Wind wird stärker. Der Wind ist noch erträglich. Aber man sieht doch schon, dass es etwas schwankt. So, da wollen wir mal hier ran. Für die Techniker ist es die letzte Reparatur vor der Abschaltung. Dass der Rundfunkkoloss bald schweigen wird, geht ihnen nahe. Zu erleben, dass so ein Senderstandort außer Betrieb genommen und zurückgebaut werden muss, das macht mich schon betroffen. Das ist im Moment jetzt gerade wieder hier so ein harter Einschnitt, der jetzt da erfolgt. Da schwingt schon eine ganze Menge auch an Trauer bei mir mit. Weil ich einfach so in vielerlei Hinsicht bereichert worden bin durch diese Arbeit hier an der Station. Mit über 30 Dienstjahren ist Ulrich Michels am längsten am Standort Heusweiler. Beim stärksten Mittelwellensender Deutschland zu arbeiten, war für ihn immer etwas Besonderes. Auf einer Fortbildung, wenn Sendertechniker zusammen waren, dann hat man das gern erzählt. Wenn Sie mal von Ihrem Sender erzählen, ja, 10 Kilowatt und so, und dann ist man eben da, 20 Kilowatt Sender und so. Sag ich, ja, das hat unsere Vorstufe, ja, so ein bisschen lapidar. Das war für mich auch ziemlich spannend, ja. Der Sender machte die Europawelle in den 60ern zu einem der beliebtesten Radiosender Deutschlands, der mit Hörerpost nur so zugeschüttet wurde. Guck mal, morgens ins Büro und schon empfängt einem die Sekretärin mit. Manfred, die Post. Man freut sich natürlich darüber, nicht? Am Tag 250 Briefe in der Woche, 1750 Briefe im Monat, 7500 Briefe im Jahr, glatte 84.000. Dabei hatte alles ganz klein angefangen. 1935 strahlte in Heusweiler der erste Mittelwellensender das Programm des Reichssenders Saarbrücken aus. Im Krieg wurde die Anlage aber vollständig zerstört. Doch das Saarland hatte Glück. Frankreich setzte sich dafür ein, dass Radio Saarbrücken nach dem Krieg eine Mittelwellenfrequenz zugewiesen bekam. Fast alle anderen deutschen Sender gingen vorerst leer aus. In Heusweiler wurde ein neuer, stärkerer Mittelwellensender gebaut. Aus Radio Saarbrücken wurde der SR und der startete 64 die Europawelle Saar. Europawelle Saar. Europawelle Saar. Mittelwelle 1421 Kilohertz, gleich 211 Meter. Der Vorteil der Mittelwelle war die große Reichweite. Tagsüber breitete sich das Programm über die sogenannte Bodenwelle aus. Mit ihrem starken 400-Kilowatt-Sender in Heusweiler erreicht die Europawelle schon früh Ballungsgebiete wie Köln, Frankfurt oder Stuttgart. Nach Sonnenuntergang kommt die Raumwelle zum Tragen. Luftschichten in der Atmosphäre reflektieren die Wellen zurück zur Erde. Im Dunkeln ist die Europawelle dadurch schon Mitte der 60er Jahre in großen Teilen Europas gut zu empfangen. Es war die Voraussetzung halt auch, dass man das Programm auch Europawelle nennen konnte. Da schalt ich Mittewelle ein, Europawelle Saar. Und schon gibt's Songs, auf die ich steh, hier bleib ich, da ist es klar. Von Anfang an mit dabei war Axel Buchholz, der spätere Chefredakteur. Mit der neuen Europawelle wollten die Programmmacher dem Radio eine Frischzellenkur verpassen. Der gute alte Hörfunk war etwas in die Jahre gekommen. Ja, Radio war ja weitgehend eine Art von distanzierter Präsentation. Das heißt, so nach dem Motto, und nun, meine Damen und Herren, als nächstes in unserem Programm eine Sendung mit Operettenmelodien. Die Europawelle wollte es anders machen. Mit frischer Musik, locker präsentiert von Discjockeys. Die deutsche Schlagerparade am Mikrofon wie immer. Ihr Dieter Thomas Heck. Nun, Freunde, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe. Eine Beatwelle schwappte durch die Republik. Die Musik kam von der Platte oder über Mittelwelle von Discjockey Manfred Sechsauer. Oh, hallo. Hallo, Tön, besser. Wunschkonzert für junge Hörer, so ist meine Sendung. Wollen wir mal? Die Personalisierung, das Radio persönlich zu machen durch die Discjockeys, das war neu in dieser Zeit, das war ungeheuer wichtig. Das war ein Erfolgsfaktor. Auch neu, die Europawelle holte die Hörer ins Programm. Entweder per Telefon oder einfach direkt ins Studio. Bruce Channel, keep on. Bruce Channel und keep on für Elfie. Das hat dazu geführt, dass das Programm sehr persönlich wurde, dass ein richtig enger Kontakt zwischen Hörern und Machern entstanden ist. Das Programm war so beliebt, dass in den 60ern sogar ein Radio mit einer Festsendertaste auf den Markt kam. Der Golf Europa. In einem Werk in Rastatt sind rund 900 Mitarbeiter mit der Herstellung der Empfänger beschäftigt. Die Taste für die Europawelle Saar ist golden. Der bloße Druck dieser Taste spart die Sendersuche, die besonders beim Fernempfang für einen Ungeübten nicht immer ganz einfach ist. Und das ist jetzt unser Sender. Eine Antenne brauchen wir hier nicht. Die Antenne des Senders sind seit den 60ern 220 Meter hohe Stahlmasten. Das sind zwar zwei Türme, aber es ist eine Antenne. Also der rechte Mast ist der Strahler, der ist gespeist und der linke, das ist der Reflektor. Der reflektiert die Wellen und werft sie wie in den Faschenlampen Reflektor in eine Richtung. Der kleinere 50 Meter Mast war die Reserveantenne und kam zum Einsatz, wenn die großen Türme gewartet wurden. Hier ist der Brückenschalltraum. Hier ist der Brückenschalltraum. Hallo Paris. Paris bitte melden. Neue Wege gingen die Europawelle auch bei der Information. Das alte Kästchenschema wurde über Bord geworfen. Dafür kam eine Sendung mit dem wichtigsten aus allen Ressorts. Das Magazin zwischen heute und morgen setzte stark auf Live-Interviews. Das war ganz neu und das hat den Hörern unheimlich gut gefallen. 10 Uhr war es beim Gongschlag. Saarländischer Rundfunk, Europawelle Saar, Sie hören Nachrichten. Nachrichten gab es auf der Europawelle erstmals zu jeder vollen Stunde. Ab 1969 aber auch dazwischen. Denn da wurde der aktuelle Dienst gegründet. Aktueller Dienst, bitte, ja? Jungen, komm mal eben. Okay, gut, dann bedanke ich mich sehr. Habt ihr schon gehört? Hannover Eisenbahnunglück. Sollen 50 Tote sein? Weiß nicht, ob es stimmt. Unbestätigt. Der Herr Fritsch hat angerufen. Könnte sein, dass wir das vor der Abend auch machen müssten. Daran machst du es in jedem Fall gleich jetzt im Programm. Ich habe hier schon ganz kurz, da hat er mir was durchgegeben. Damit gehe ich jetzt sofort auf den Sender. Bis dahin wartete man bis zur nächsten Sendung, ehe man was Wichtiges gemeldet hat. Entweder Nachrichten oder eine Politik- oder Zeitgeschehensendung. Aber das war dann vorbei. Europawelle Saar, aktueller Dienst. Meine Damen und Herren, Katastrophenalarm in Hannover. Ein erster kurzer Bericht noch vor den Nachrichten von Friedhelm Fritsch. Die Werbung hat das Wort. Als kluge Hausfrau wissen Sie, ein Brotaufstrich muss schmecken. Die Werbung wurde bei der Europawelle als kleine Spots ins laufende Programm eingestreut. Dafür gab es Kritik von allen Seiten. Der Bogen ist jetzt überspannt. Der saarländische Rundfunk durchsetzt seine Programme von 6 bis 20 Uhr mit Reklame. Repräsentiert man durch ein solches Programm die Kultur der Bundesrepublik? Nein, man verkauft sie. Heftige Kritik kam auch von den anderen Sendeanstalten der ARD. Kein Wunder, schließlich funkte der SR durch seine starke Mittelwelle tief in deren Gebiete hinein. Das ging ja bis dahin, dass man den SR möglicherweise aus der ARD ausschließen wollte. Doch der Erfolg gab der Europawelle recht. Sie konnte ihre Hörerzahlen in wenigen Jahren verdreifachen auf rund 1,3 Millionen Hörer pro Tag. Die Kritik verstummte nicht nur, im Gegenteil. Die anderen Sender kopierten das erfolgreiche Konzept. Schon bald gehörten Popmusik, kurze Nachrichten und Werbespots zum deutschen Hörfunkalltag. Das hat die Radiolandschaft eine ganze lange Zeit lang geprägt und beeinflusst. Saarländischer Rundfunk, Europawelle Saar. Vom heutigen Tag, dem 4. Juni 1973 an, strahlt der Sender Heusweiler unser Programm mit einer Sendestärke von 1200 Kilowatt aus. Wir schalten jetzt um. Anfang der 70er legte sich der SR gleich zwei 600 Kilowatt-Sender für den Parallelbetrieb zu. Dr. Franz May, Intendant des Saarländischen Rundfunks, nimmt den neuen Sender in Betrieb. Meine Damen und Herren, Sie hören jetzt die Europawelle Saar mit einer Sendestärke von 1200 Kilowatt. Eine technische Sensation. Die Europawelle hatte ihre Sendeleistung verdreifacht. Heusweiler war nun mit Abstand der stärkste Mittelwellensender Deutschlands. Tagsüber erreichte das Programm jetzt das Ruhrgebiet. Nachts war die Europawelle sogar bis Afrika zu hören. Stolze 35 Jahre liefen die beiden 600 Kilowatt-Sender, wurden erst 2008 ersetzt. Einer der begehbaren Rundfunkkolosse steht noch heute in der Sendehalle. Die Endstufe besteht aus zwei gewaltigen Verstärkerröhren. Wir sind jetzt hier im Niederfrequenten Teil, im Audio-Teil praktisch. Also es ist genau genommen auch wie die Stehanlage zu Hause ein Verstärker. Allerdings hat der hier jetzt 200.000 Watt. Die 60.000 D-Mark-Röhren verschlangen Unmengen an Strom und mussten alle paar Monate ausgetauscht werden. Dafür fand man für die Kühlung eine wirklich originelle Lösung. Die Gemeinde baute nebenan einfach ein Schwimmbad. Dusch- und Badewasser wurden kostenlos mit der Abwärme des Senders beheizt. Für die Anwohner hatte die Nähe zum Sender häufig kuriose Folgen. So kann Manfred Zwehr in seinem Haus in Heusweiler aus der Dachrinne, die wie eine Antenne wirkt, das Programm der Europawelle empfangen. Auch Gegensprechanlagen in den Geschäfts- und Privathäusern bringen das Saarbrücker Rundfunkprogramm ausgezeichnet. Und wenn Frau Zwehr den Hörer abnimmt? Ärgerlich ist es für die Leute teilweise, und ich kann das auch verstehen natürlich, ich will Radio hören, wenn ich Radio hören will und nicht, wenn ich das Telefon abhebe. Bei Frau Krämer tut es der Plattenspieler auch ohne Platte. Sie ist sozusagen Schwarzhörerin wie der Willen. Eine kuriose Übertragung der Sendewellen konnten wir allerdings in Kutzhof, sechs Kilometer vom Sender entfernt, feststellen. Dort kann Frau Margit Puffay auch ohne Rundfunkgerät den Saarländischen Rundfunk empfangen. Mit einem Topfdeckel. Ich saß abends da und auf einmal hörte ich Musik und da habe ich dann festgestellt, das war die Musik vom Saarländischen Rundfunk. Rundfunkgebühren braucht Frau Puffay allerdings dafür nicht zu zahlen. Wenn jemand unfreiwillig die Europawelle hörte, dann kam schon damals er. Etwa 250 Haushalte hat Ulrich Michels in seiner Karriere als Entstörer besucht. Meistens reichten ein paar Basteltricks, um die Probleme zu lösen. Erst einmal war das für mich immer so wie eine Art Wettkampf. Aber mit ein bisschen Überlegung, manchmal ein bisschen auch mit dem nötigen Sachverstand, haben wir, aber habe ich das schon eigentlich hingekriegt. Einige Anwohner hatten auch Angst um ihre Gesundheit. Wir sterben alle an Krebs oder wir werden alle unfruchtbar. Ich weiß nicht, was ich alles im Laufe der Jahre schon gehört habe, was schon in Heuswald das für Krankheiten gäbe, die es sonst auf der Welt nicht gäbe. Im Gegensatz zu anderer Strahlung dringt die Mittelwelle aber nicht in den menschlichen Körper ein. Mittelwelle ist für uns Menschen nicht gefährlich. Ich würde nicht hier arbeiten, wenn das anders wäre. Für die Programmmacher bedeutete der Ausbau der Mittelwelle jetzt noch mehr Reichweite. Viele konnten das anfangs gar nicht fassen. Wie, was, so weit kommen wir, das sind ja so und so viele Leute, ne. Für die war das dann auch wie ein Aha-Effekt, ja. Was, toll. Einige Sendungen wurden speziell auf die große Reichweite zugeschnitten. Urlaub mit Musik, Europawelle Saar. War ein Riesenerfolg. Die Leute waren verreist und abends über die Europawelle wurden sie dann gegrüßt, beziehungsweise sie konnten grüßen ihre Lieben daheim. Am Nordkap oder in Afrika, auf Island oder im fernen Moskau, wo immer sie uns hören heute Abend, können wir wieder für wenige Sendeminuten große Entfernungen vergessen lassen. Da kamen Postkarten in Bergen an, aus allen möglichen Ländern, eine ungeheuer populäre Sendung, die übrigens auch die Stasi, den Staatssicherheitsdienst der DDR, interessiert hat. Denn viele der Zuschriften kamen von Hörern jenseits der Mauer. Der DDR-Führung war der starke Sender in Heusweiler schon lange ein Dorn im Auge, strahlte er doch tief in ihr Land hinein. Wie erst 2004 bekannt wurde, hatte die Stasi schon in den 60ern ein Ehepaar als Spitzel beim SR untergebracht. Die haben sich bemüht, auch was die Hörerpost angeht, Informationen in die DDR zu liefern. Was wir geahnt haben, dass hier Mitarbeiter der Stasi sind, aber wie und wer das war, das hätten wir uns nicht vorstellen können. Eine besondere Geschichte hat diese Postkarte hinter sich. Geschrieben wurde sie 1969 von Günter Zettel. Der war damals Bürger der DDR und Stammhörer der Europawelle. Ich war ja einer von denen, der dieses Privileg wahrgenommen hat und diesen ja wirklich stark strahlenden Sender ordentlich empfangen konnte auf meinem Röhrenradio. Und dann habe ich den auch regelmäßig gehört, nicht nur Popsendungen, ich habe mich auch mit den Nachrichten beschäftigt. Ich war auch kein unpolitisch denkender Mensch. Als 18-Jähriger erkannte Zettel bei einem Hallo-Twen-Rätsel den Titel Painter Man und schickte eine Postkarte. Von der Müritz nach Saarbrücken. Was er nicht wusste, die Stasi fing die Karte ab. Als Zettel sie über 40 Jahre später in seiner Stasi-Akte fand, schickte er sie einfach ein zweites Mal nach Saarbrücken. Ich fand das schon, dass das so eine Fußnote der Zeitgeschichte war, dieser deutsch-deutschen Geschichte. Und es ist ja schon skurril und irgendwo auch ein kleines Politikum, dass denen das schon zu gefährlich war. Das ist ein bisschen auch ein Zeichen, welch Geisteskind dieses Land von Anfang an war. 44 Jahre später das Happy End. Auf dem 50. Geburtstag der Europawelle bekam Zettel dann doch noch den Preis des Gewinnspiels. Die Platte Painter Man von The Creation. Stärke und Frequenzen von Mittelwellensendern wurden auf internationalen Konferenzen festgelegt. Dass ausgerechnet der kleine SR einen so starken Sender bauen durfte, lag wohl am Kalten Krieg und an der Lage Heusweilers im äußersten Westen der Republik. Die Europawelle war ja auch ein Notfallsender. Also über diesen Sender glaubte man im Falle einer kriegerischen Auseinandersetzung oder krisenhaften Zuspitzung, die Leute erreichen zu können. Diese politische Bedeutung könnte auch noch eine ganz andere Gruppe auf den Plan rufen, befürchtete man in den späten 70ern. Also das ist noch ein Relikt von dem deutschen Herbst, als die Rote Armee Fraktion sehr aktiv war. Oh, ist schon lange nicht mehr aufgemacht. Vornein ist ein Notausstieg für Techniker. Falls das Gebäude geändert wird, kann man praktisch hier aus der Sendeanlage raus und kann dann verschwinden. Und auch hatten wir im Gebäude an bestimmten Punkten, das wussten die Techniker, Notknöpfe, die direkt an die Polizei gegangen sind und die dann die Hunterschaft gerufen hat oder die Bereitschaftspolizei gerufen hat. Eine Sendung trug die Mittelwellenfrequenz sogar im Namen, der Drugstore 1421. Die Djungos vom Hallberg schreiten zur Tat. Tja, ich glaube es geht los, Mensch. Das Geräusch hier, das ist eine Kamera. Los geht's jeden Abend, drei nach sieben. Die alten Radiohasen ziehen die Löffel ein, wenn die Funkkarnickel frech und mozzig über den Sender hoppeln. Und die Funkkarnickel waren experimentierfreudig. Wir sind jetzt über Seefunk, gleich verbunden mit der Belle Espoie, die irgendwo im Kanal rumkurft und über Jersey Radio rufe ich jetzt den Thorsten. Hallo Thorsten. Achtung Thorsten, der Norbert ruft uns. Auf geht's. Ja, wir sitzen jetzt hier auf dem Bootsmannstuhl und ich muss ganz ehrlich sagen, freiwillig sitzen wir hier nicht. Der Edi hat hier etwas ganz Besonderes zu tun. 1978 änderte sich die Mittelwellenfrequenz der Europawelle geringfügig. Und so wurde auch aus dem Drugstore 1421 der Drugstore 1422. 1979 schickte der SR nicht nur sein Programm nach Halb-Europa, sondern auch noch einen wandernden Reporter. Anders war die erste Direktwahl des Europäischen Parlaments. Dann wollten wir etwas machen, was auch wahrgenommen wird und was uns vor Ort bringt. Und da kam ich halt auf die Idee, jemanden zu fragen, ob er gern wandern würde. Dieser jemand war Hans-Jürgen Purkathofer. Denn der fand die Idee für seinen Arbeitgeber, durch halb Europa zu laufen, sogar irgendwie logisch. Gerade weil wir mit diesem Anspruch, eine Welle für Europa zu sein, und den konnten wir ja auch dokumentieren über die Reichweite, gerade weil wir damit unterwegs waren, hatte diese Aktion schon eine innere Logik. 4.000 Kilometer weit wird unser Kollege Hans-Jürgen Purkathofer durch neun Länder der europäischen Gemeinschaften zu Fuß gehen. Das hat er versprochen. Ich unterzeichne diesen Vertrag umso lieber, als ich glaube, dass ich ihn nicht zu brechen brauche. SR 1, Europa-Welle Saar, Wandern für Europa. Eine Reportageserie des saarländischen Rundfunks im Vorfeld der ersten Direktwahl des Europäischen Parlaments. Unterwegs wurde dem Europa-Wanderer auch klar, wie groß die Reichweite seines Senders dank der starken Mittelwelle war. Wenn ich dann erwähnt habe, dass ich für den saarländischen Rundfunk und die Europa-Welle unterwegs bin, habe ich schon viele getroffen, die das auch kannten. Im Juni erreichte Purkathofer sein Ziel, Brüssel. Bereut hat er die Wanderung nie. Während dieser Tour habe ich auch Erfahrungen gemacht, innerhalb von fünf Monaten, fünf Tagen, wie man sie in 30 Jahren ansonsten am Schreibtisch nicht macht. Und das kann mir keiner mehr nehmen. Als in den 70ern, direkt neben dem Sender, die A8, gebaut wurde, gab es Befürchtungen, dass die starke Strahlung die Autoelektronik lahmlegen könnte. Und nicht nur das. Darüber hinaus war ein Thema gewesen, eine mögliche Beeinflussung von Herzschrittmachern. Die Verkehrsplaner hatten eine ungewöhnliche Idee. Auf einer Strecke von rund 500 Metern sollte ein Stahlnetz die Strahlung abfangen. So zumindest der Plan. Witzigerweise, der, der das damals geplant hat, dieser Professor, hat eins vergessen. Nämlich, über der Autobahn ist ein Netz, aber auf der Brücke, über die Brücke, die auch in der Hauptstrahlrichtung liegt, da ist nix und es ist noch kein Auto stehen geblieben. Das rund eine Million Mark teure Gitternetz schaffte es sogar in einen Technikreiseführer. War selbst so etwas wie eine kleine Sehenswürdigkeit. Für Technik krieg ich es allemal. Das ist auch bekannt bei denen. Bekannt war der Sender auch bei Industrieunternehmen. Lies sich in seiner Nähe doch gut die Strahlungsempfindlichkeit von Neuentwicklungen testen. Neben Miele und VW kam auch Mercedes über Jahrzehnte regelmäßig nach Heusweiler. Teilweise kamen sie auch mit R-Königin. Wir haben dann schon die Prototypen gesehen, die so die nächsten Jahre kommen. Das war schon auch ganz interessant. In den 80ern hatte die Mittelwelle aus Heusweiler auch auf den Autobahnen viele Fans. Bei Fernfahrern waren wir ungeheuer beliebt, wenn die nachts da stundenlang in ihrem Kawaus saßen und fuhren und die Europawelle gut zu hören war. Und so entstand der Brummerfunk. Doch bei den normalen Hörern sank der Stern der Mittelwelle. Anfang der 90er warb der SR schon lieber mit der UKW-Frequenz 88.0. Das UKW-Netz war inzwischen gut ausgebaut und bot eine deutlich bessere Tonqualität. Die Musik wollten die Musikfreaks immer besser hören, in immer besserer technischer Qualität. Und auf ihrem nächsten UKW-Sender haben sie auch ein ähnliches Programm gefunden und ähnliche Musik. Und das war ein wesentlicher Beitrag dazu, dass die Europawelle ihre überregionale Reichweite verloren hat. Das hatte auch für Heusweiler Konsequenzen. Mit dem Rückgang der Hörerzahlen wurde der stromhungrige Sender dem kleinen SR zu teuer. Ab 1994 wurde die Anlage daher an den Deutschlandfunk vermietet. Es war auch wichtig, dass der Sender weiterläuft. Sonst wäre das schon zu einem früheren Ausschalten gekommen. Und so wurde 2008 noch einmal kräftig investiert und der Standort modernisiert. Doch auch das konnte das Ende nicht verhindern. Die ARD entschied notgedrungen, alle Mittelwellensender abzuschalten. Das Geld wird für den Ausbau des digitalen Hörfunks benötigt. Doch auch wenn neue Technik kommt, Ulrich Michels fällt der Abschied von seinem Mittelwellensender schwer. Es bedeutet mir so viel, dass ich für mich die Entscheidung getroffen habe, ich schalte den Sender nicht aus. Für mich. Das soll jemand anders machen. Weil ich diesen Moment nicht mag. Und so fehlt der Techniker, als in der Silvesternacht die Zeit des geschichtsträchtigen Mittelwellensenders langsam abläuft. Nostalgisches Pausenzeichen. Um kurz vor zwölf endet die Dienstzeit des Senders. Denkbar unspektakulär. Okay, dann schalten wir aus. Ein einfacher Knopfdruck beendet 80 Jahre Rundfunkgeschichte in Heusweiler. Der SR wird seinen Standort dort aufgeben. Der legendäre Röhrensender aus den 70ern soll einen Platz im Museum bekommen. Vielleicht steht auch dort neben ihm wieder eine alte Kohlenschaufel. Denn die wurde über viele Jahre für Besuchergruppen zu einem sehr ungewöhnlichen Rundfunkempfänger. Seit Silvester ist das Radio aus der Schaufel genauso Geschichte wie die Mittelwelle aus Heusweiler. Da schalte ich Mittelwelle ein, Europawelle sah. Und schon gibt's Songs, auf die ich steh. Hier bleib ich, das ist klar. Dörfer im Wandel der Zeit. Gesucht wird nach Lösungen für die Zukunft. Beispiel Erfweiler Elingen. Beispiel Erfweiler Eingen.